Hallo Champions, hier ist Dr. C. Meine lieben Freunde, wie ihr alle wisst, sind wir ja von allen möglichen E-Mail-Providern gehackt worden und alle möglichen Webseiten. Es ist unglaublich, wie viel Schaden angerichtet wurde. Wir haben auch eine riesige Anzahl von E-Mail-Adressen verloren. Es ist einfach unglaublich. Wir versuchen, die Menschheit zu informieren und zu retten und alles, was wir dafür bekommen, ist also gehackt zu werden und alles mögliche. Die letzten drei Tage, also wenn ihr eine E-Mails von mir bekommt, persönlich und so weiter, ist das alles nicht von mir. Das sind die E-Mail-Adressen, die gehackt wurden und die Accounts, die gehackt wurden. Wenn ihr also in Zukunft, bis wir das alles geklärt haben, nicht die Kult-Valien-Flagge im Hintergrund seht, wie jetzt, dann ist das nicht von mir, nicht von uns. Und trotz alledem froher Weihnachten. Bye, bye.